Trotz seines dramatischen Schneepflugunfalls am Neujahr hat US-Schauspieler Jeremy Renner seinen Humor nicht verloren. Das testete jetzt sein Avengers-Kollege Chris Evans. Kurz nachdem Renner ein Foto von sich in einem Bett bei der Physiotherapie auf Twitter gepostet hatte, reagierte Evans mit einer ironischen Antwort. Das ist ein harter Kerl, schrieb Evans und fragte weiter, hat irgendjemand nach der Pistenraupe gesehen? Damit bezog er sich auf das Fahrzeug, das in Renners Unfall verwickelt war. Ich sende ganz viel Liebe, schloss der US-Star nächst einem roten Herz-Emoji seinen Kommentar. Renner twitterte humorvoll zurück. Liebe dich, Bruder. Ich habe nach der Pistenraupe gesehen, sie braucht Treibstoff. Der 52-Jährige war am Neujahrstag auf seinem Grundstück in der Nähe des Lake Tahoe von seiner eigenen Pistenraupe überfahren worden. Dabei erlitt er ein stumpfes Thorax-Trauma und orthopädische Verletzungen.